Das Skaskar Orchestra die märchenhafteste Ska-Band aus Berlin-Prenzlauer Berg ist, ist ja wohl mal klar. Dass Lena Störfaktor Berlins radikalste Rapperin ist, ist ja wohl mal klar. Dass die am Tag der Befreiung auf eine Bühne gehören, ist ja wohl mal klar. Freilich möchte ich das gerne sehen. Skaskar Orchestra und Lena Störfaktor feiern am 8. Mai mit dir den Tag der Befreiung im Haus der Demokratie und Menschenrechte. Treifswalder Straße 3 in Berlin-Prenzlauer Berg. Denn wer nicht feiert,